Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, ich bin Exos und in diesem Video gibt es ein weiteres Best Of von Halo The Master Chief Collection und zwar von Halo 2, denn ich habe mit dem lieben Uek Platin zusammen Halo 2 durchgespielt auf Twitch als Live-Let's Play. Wer übrigens Bock mal hat, da mit dabei zu sein live, in der Beschreibung ist noch ein Twitch-Channel. Nun hier Halo 2 haben wir durchgezockt, gibt es auch als Let's Play auf dem Let's Play-Channel in der Infokarte, hier werde ich es noch einblenden. Nun, das hier ist ein Best Of Zusammenschnitt, die witzigsten Momente, die speziellen Momente von dem gesamten Let's Play und dem gesamten Stream. Alles klar, das war es auch schon. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Best Of. Alles gut. Wunderbar. Ich bin tot. Nein, wenn einer von beiden stirbt, ist es vorbei. Oh, ich kann hier auch umstellen, auf Alt und Neu. Natürlich. Fancy. So saß früher aus, Chat. War schon ein totales Highlight im Vergleich zu Halo 1. Kennst du den Trick auf der Konsole damals mit Halo 2? Mit dem Schwert, dass du dich über die ganze Map ziehen konntest. Hattest du den? Nein, nein. Nein, nein. Du hast ja, nimm mal das Schwert nach vorne und siehst du, wie das grün wird am bestimmten Flings? Wenn du jetzt einen Karabiner nach vorne nimmst, hast du eine weitere Reichweite, wo es grün ist. Du konntest in Halo 2 die Waffe wechseln und dann zuschlagen mit dem Schwert. Und dann hat er das noch als rot getriggert für das Schwert, obwohl es als rot ist für den Karabiner. Na, das geht noch. Es geht noch. Haha, holy shit. Holy shit. Es geht noch. Sie haben es nicht gefixt. Oh, nice. Wuhu. Eine Nachrichtenschleife. Bedauern. 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 Spannend. Und was bedeutet das? Liebe Menschheit, wir bedauern Alienbastarde zu sein. Wir bedauern, dass wir hier sind. Und wir bedauern, dass das Korps gerade unsere miese Flotte pulverisiert hat. Nur. Bedauern ist ein Name, Sergeant. Der Name eines geistigen Führers der Allianz, eines Propheten. Er ist auf diesen Transporter und er bittet um Hilfe. Ja, der rennt hinten hoch. Ist der schon drin geworden? Was ist mit dem los? Boah, sieht die gut aus. Ich brauche mit dem Schilden. Äh, was macht der da? Ja. Oh mein Gott. Wow, jetzt ist er rausgeflogen. Okay. What the fuck? Okay. Okay. Ich lerne, mein Freund. Ich lerne dazu. Okay. Die gesehen, wie er dazugelernt hat. Es ist atemberaubend. Atemberaubend. Scheiße, Mann. Ich dachte nicht, dass der mich aus dem Ghost rauszlippen wird. Irgendjemand fährt unser Fahrzeug. What? Marine! Bist du kernbehindert? Bist du kernbehindert? lol. Daher ist der scheiß Karre aus. Oh, Scheiße. So, Ende hier. Cross, bitte nicht noch mal, wenn ich schieße. Es ist Ihre Beerdigung, Sir. Er fährt jetzt in Ghost. Warum steckst du in? Ich hab dir einen Raketenweffer gegeben. Oh, shut the fuck. Der ist viel zu geil. Deine Sniper ist hier unten übrigens. Du meinst der Elite oder wie? Ja, genau. Bros. Ich hasse die Marines. Und sie ist es raus. Ich hab's gesagt. Das ist so fucking genial. Hier. Halt auf. Wenn jetzt der andere... Boah, ey. Boah, ey. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Brücke kommen. Ehm. This is my man. Ja, Stahl-Eliten leben gar nicht lange. Drei Headshots und beim vierten geht er drauf. Woah. Okay. Einfach nein. Einfach nur nein. Dann hab ich gerade Freunde dran. Was machst du denn da? Ist der... Kira... Einfach neue Freunde. Yeah. Die Rakete. Holy shit. Hast du die Rakete gesehen? Das ist der beste Plan zu Chief. Ja. Diese Befürchtung hat dich eigentlich... Ich fahr mal ein bisschen hinter Wack. Das ist nicht richtig. Du hast halt Gründe. Ja. Bist du fett? Ich hab mal dann... Ich hab dann irgendwas durch... Lass mal aber machen. Ich hab dann mal durchgekriegt. 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 Was siehst du? Geht doch. Das kriegt man nicht. Wir mussten Kürzungen für den Rave vornehmen meine Damen und Herren. Aber was? Fuck. Da. Oh. Der Arm besagt so. Ein Marine, Wack. Ein Marine mit einem Raketenwerf in einem geschlossenen Raum. Was soll da schon schief gehen? Schlamf mich nicht. Ja, so sah früher aus übrigens. Wow, okay. Okay. I survived. Nichts. Ich wollte gucken, ob er gute Füße hat. Ich hab da so ein Fetisch. Das war nicht so klug. Wir sind auch wegen dir unterwegs. Sorry, Bro. Ich hab's vergessen. Okay, wir gehen wieder hoch. Oh shit. Hoch geht's nicht weiter. Woah. I'm weak. Ja, du bist weak. Was? Was? Ich würde sagen, wir werden sie von der Abow, ja? Von der Abow, ja? Ja, von der Abow. Okay. Ich glaube wirklich, das ist eine bessere Idee. Ja. Ich geb dem jemand eine geile Waffe. Viel Spaß. Sir, ich bin sicher. Ja, ich bin sicher, Sir. Das hat der vorne kaputt. Holy shit, what the. Was hast du gerade gemacht? ne was hat er mit dem bübben marina holy shit what the geht es vielleicht noch ein bisschen lauter habs geahnt die geschütze neutralisieren alles klar das machst du mit dem raketenwerfer los marina los marina voll dran vorbei bro voll drauf bro ich glaube der liebt ist tot wenn ich keinen rumrennen anführer tot, wegrennen ok nein 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 rein nein wieder auf dem geschützt der geschützt ist so tot hehehe hehehe hast du ihn gehört? ja du bist auf englisch bei dieser Seite wahrscheinlich skizzn ja tut er auch haha das ist so heilig das ist so heilig ein schuss ist holy shit nehm ich noch drin er stand luke was ist da passiert was ist da passiert was ist da gerade passiert man dude wait hat er etwa auf die leiche geschossen? er wollte auf die leiche schießen hat die kante getroffen ist selber gestorben hahaha game so einmal raketenwerfer du bist der zweite freando hier behalte auch das schärfschützengewehr das ist kein witz das hier ist ein witz es ist ein wahrer knaller du fährst mit denen by the way ich fahr mit denen by the way ich hab den nice abgelenkt ich hab den nice weggebölzt ich hab den nice weggebölzt noch mehr los noch mehr los ich hab den nice weggebölzt ich hab den nice weggebölzt i love it ich bin auf deiner Seite nur um als auch mal andere alles gut der explosion im griff ja ja gold ja ja oben ja ich weiß ja hab ich auch gesehen da steht wow texos ich hab die explosion im griff haha es war echt jetzt aber du stahlst du now we have to talk finally sorry was ist da passiert was ist denn da passiert wie kommt denn der schakal hier rüber wo ach so ja ich hab den rockets gegeben pass auf er hantiert hier neben mir mit einem an einem stein damit rum ich ein bisschen zocke das ging schnell man wenn die ne sniper haben die dröhnchen sind super schnell tot okay alle weg siehst du wie sie die macht sie guckt noch nicht mal richtig sie ist so geduckt mit der waffe auf dem boden und snipet einfach alle tot pew 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 jetzt weißt du wenigstens wie wir in anderen spielen stehen achtooo komm sie ist gut ne also du machst auch ein paar weg aber sie ist mega gut wow vielleicht werde ich um ihre hand anhalten wenn die mit dem krieg fertig sind alles klar das ist schief man merkt's das stand mehr ja sie hat was erklärt ich habe vergessen dass wir zum dritten mal das unser dritter anlauf ist ja und bin ich jetzt gerade gestorben wie bin ich gerade gestorben the fuck what the fuck what the fuck steh nächstes mal bitte mitten im raum beziehungsweise ich werde mitten im raum stehen du sponst zu mir jedes mal jedes mal wenn wir da durchfahren sponst du zu mir und ich hatte es halt außerhalb teleportiert hast du gesponst ja dann bin ich gestorben im Wasser richtig ja nice Programmierung 1a oh mein gott oh mein gott was machst du denn da lol was passiert aber wenn ich nahe rangehe bitch please hast du schon mal den Jäger von nahen gesehen wow why ja gib mir noch ein Headshot bevor du von der Plasmagnata hoch gehst genau in der Mitte dieser Zone gibt es ein heiliges Symbol unerlässlich für die große Reise ich muss es finden wir sollten direkt ins Zentrum der Verseuchung das Symbol holen und alle Flats die wir sehen vernichten der Parasit ist kein Pappenstiel ich hoffe sie wissen was sie tun war das Menschen war das Menschen ja fliegt gerade im Pappen okay alles klar wollen wir einen kleinen machen einen Ghost zusammen einen Hybrid okay ja nice nein ist geil Töten ruhig alle Elite nice Aktion Bro totally nice Aktion die ist mega cool mega cool ich fahr mal ganz kurz hinter dich ne damit der Raketenwerfertyp sich bei dir rächen kann der einfach ein bisschen zu Anti-Made Wack ist der grösste Anti-Made oh mein gott whatcha mean whatcha mean Wird einfach gegrabt fliegt gut ja cool danke aller kleinste Eliten danken dir fahr mal vor mit Not fahr mal Not fahr mal Not fahr mal Not vor ja alles klar der Hut durch Tage Mann ja das ist was ich oh mein gott ich hab mich gerade vier mal tot gesehen der ist so knapp über deiner Raupe geflogen holy shit der Rocket Launcher übrigens auf der linken Seite auf der Maw woaaa okay holy shit okay Bro wir müssen über deine Liege sprechen okay die sind zwar richtig cool und ich enjoy die auch die sind zwar richtig cool und ich enjoy die auch okay ich uuuuuuuu löst mich zurück das ist mein Vater NICHT 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 ich haste deine Lieben lebe meine Lieben wenn ich wenn ich wenn ich die Scharfschützen geheiratet habe bin ich frage ich sie ob sie eine polygamistische oder monogamistische Ehe führen möchte und dann werde ich den Eliten unter Umständen auch noch heiraten okay 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 magst du mal ganz kurz dein Panzer hinfahren? ja aber ich will den so stellen ja aber ich will den so stellen das oben fällt oder wie? das ist interessant was du da machst ich meine ich meine das ist jetzt echt nicht schlecht also das ich das ja nett kannst du den Panzer mal so hinstellen dass ich drüber fliegen kann? ja ja klar natürlich ja brauchst du noch Nägel, Bretter um komplett zuzumauern? ich bring dir auch Steine und Zement wenn du möchtest NICHT das ist das ist echt das ist ein Kollege echter Kollege bring und backstab ihn einfach wieder verprügelt Kopfnuss, 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 Kopfnuss ja ne der andere ist runtergefahren ja das ich hab ne Nate geworfen und ja hierher Cheep spring sie rein alright man der arme Troll der arme Troll der arme Troll lass mich mal bitte hier kurz stell dich mal ein bisschen weiter hinten hin ich verstehe stell dich mal ein bisschen weiter hinten kurz nein lass dich nicht lass dich nicht abknall also gut ich schieße nur von oben runter ja deswegen sind die Waffen das letzte mal runtergefallen unsere Marines hatten die alle schon abgeknallt ich hab mich so gewundert warum warum fallen denn LOL LOL er hat mich gestockt aus dem Leben habt ihr das gesehen alles klar direkt am Punkt ich smack mal weg alles klar NICE 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 Alright das war ne Masternade man nennt mich auch The Plasma es ist nur ne beharte Ratte Wow! Das ist ne meins. Okay. Wow! Oh mein Gott! Ich guck grad aus dem Scope, mir nach rechts. Ich portier gescheit in der Brust. What the fuck? Ich schade das. Okay cool, dann halt nicht. Here I come! What the? What the fuck? Er stand einfach am Amki. Ich hab ihn am Radar nicht gesehen, mein Stil stand. Hast du mich gerade gesnipet, Dude? Nein! Du hast mich gerade gesnipet. Doch, du hast mich gerade gesnipet. Doch, doch, er hat mich gesnipet. So was will ich niemals machen, ey. Hui! Same brain. Die verfolgt mich. Die verfolgt mich! Wow! Holy fuck! Oh! What the fuck? Die ist... Oh, ich hab nen neuen Haarschnitt. Okay. Okay. Ja, der ist da. Oh! Okay! Ich meine, der Dunk, die da haben wir, Dude. Holy shit! Ich hab' den weib'n. Ich hab' den weib'n. Haben die eigentlich unseren goldene? Oh Gott! Leiber. Oh shit! Oh mein Gott, ich war beinahe selber befahren. Das ist eigentlich nicht so schwierig. Ja, ganz gut gemacht, bro. Ich hab' den. Oh Gott. Ich hab' den. Oh Gott. Ich hab' den. Man kann übrigens auch am Scarab landen und einfach chillen, ne? Das geht auch. Ich hab den Brut da gelassen. Der ist so verzweifelt, der ist so verzweifelt, er weiss nicht was er tun soll. Einfach nice, einfach nice. Lass mich hier, hallo. Willst du mal bitte, Exos was machen? Exos. Exos. Ja, ich kann nicht, ich trau mich nicht raus. Ich hab Angst, der Quetsch zu werden. Ich versuch's jetzt. Okay, ich hab's feindlich. Was ist bloß los hier? Ich versuch was. Das hast du jetzt nicht gemacht. Frische Banshee, so sieht's aus, Baby. Let's go man. Hier ist offen. Rein da. Daher. Er schießt nochmal! Ich lebe. Ich bin da. Ich f***ing lebe. Ich f***ing lebe. Ich f***ing lebe. Rein. Ich... Hier. Rein hier. Nein. Holy shit. Nein. Da ist ein Rahmen tot zusammen. F***! Heiliger intruder. Heiliger intruder, Mann. Ich f***ing lebe. H***ing lebe. Ganz, ganz weit hinten hat ein Elite gerufen. Touchdown. Ehehe. Ah, Kein lebe. Do not I, here this phone. Ein bisschen weiter her. Nein! Oh Gott! Du musst dreimal von Jossi getroffen werden. Komm schon, Jossi. Oh no! Ich lauf weg. Ich lauf jetzt weg. Das ist so ein Trottel. Ja. Oder machen wir so? Nice! Es tut. Ich nehm den Hammer. Ich bin der neue Brute heute. Können wir gar nicht. Ich lebe mal. Untertitelung des ZDF, 2020